So meine Damen und Herren, willkommen hier zurück. Wir, wie gesagt, springen mit dem Pferd mir hier runter und gucken wir, was passiert. Nichts. Nichts weiter. Okay. Ich habe das Spiel neu geladen und es ist einfach nichts passiert. Also der Unterschied, es geht immer noch nicht. Das ist der Dreck. Also ich werde mir wahrscheinlich noch ein Video dazu genauer angucken, aber... So, Falkum ist wieder auf der Weide. Aber bis jetzt eben nichts Besonderes. 84% haben wir mit ihm geritten. Achso, striegeln. Ja, das müsste man auch mit den Pferden. Ja, da fühlt es sich wohl. Das passt zur Musik. Jetzt sind sie bei saubergenauer Gesundheit. Weiß ich nicht, wie man die hochkriegt, dass hier sie wohl drauf sind. Also mit dem Reiten und sowas. Also es funktioniert immer noch nicht. Ähm... Da. Ich werde die gemieteten Fahrzeuge einfach mal zurückgeben. Aber dann werden wir es so machen. Und... Also wir gucken mal selbst so um. Ja. Hier geht gar nichts. Ich kann kein Gerät aus Bann machen. Ich kann bloß abkuppeln, Bannkuppeln. Ähm... Ich weiß bloß nicht. Wir haben... Es gibt ja immer dazu eine Gabel. Die... Irgendwie... Irgendwie... Also im Grund immer dabei ist. Ähm... Hier... Dann... Was soll... Ne, ne, striegel war ja das genau. So wie das ein bisschen verwechselt. Ich wollte noch was gucken. Äh... Hier gibt es irgendwie immer eine Palettengabe. Also eine Dingsgabel dazu. Guck mal hier. Äh... Neun... M-L-A-T oder M-L-T. Ich habe gerade das Genendie zur Hand. Wenn wir das auch mal eine Suchfunktion hätten. Oder L... L... L 219. K-L 30. M-L-T. Was? M... M-L-A-T. M-L-A-T. M-L-T. M-L-A-T oder M-L-T. 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 wir haben jetzt wir haben alle jetzt gesehen wir kaufen jetzt aber jetzt mit guter offnung angehen die gemittelten fahrzeuge werden wir jetzt hier mal verkaufen einfach mal ja verkaufen wieder und ihr verkaufen wieder und holen uns halt der hier müsst ihr auch verkauft werden wir bräuchten ja für den L218 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 vornseitlich ran es geht nicht L218 so auch nicht hier können wir noch dran fahren hier sind ja die Kontakte jetzt geht es auf einmal okay also haben wir jetzt einen kleinen Kompaktler noch gekauft Kompaktler ist kompakt zu fahren ich weiß ich kenne mich mit den Maschinen aus die haben die äh hydrodynamischen Antrieb die fahren äh am direkten Losfahrding ihr wisst schon äh jetzt gucken wir mal abkippsseite genau hier ist jetzt abkippsseite Stroh einsteuer genau äh grätausbau gut geht nicht also hier geht es dann sieht zwar jetzt beim fahren nichts aber es geht es geht einfach ach ach also jedenfalls bei dem aber warum bei dem großen das nicht funktioniert hat also ihr habt ja gesehen das ist alles richtig dann müssen wir jetzt das richtige Geld nehmen in die Hand und äh so verkaufen gehen und wenn wir noch mal eine Zusatzaufgabe machen müssen wir einfach mal einen Helfer noch mithelfen lassen dann hätte man jetzt eigentlich die ganze Zeit machen können das ist bloß die frage was ist der Stroh der Strohsteuer wenn wir sagen die sei da drüben das heißt die andere Maschinen müssen wir jetzt verkaufen theoretisch können wir auch mit dem Grabelstapler nicht verkaufen so wir gehen gleich mal auf P ne gemietet nicht eigene Fahrzeuge äh verkaufen den hier den falschen Tag hofft hier Ballen Ballen Spieß ähm würde mal sagen ich hole mir das mal schnell wieder und dann sehen wir uns gleich wieder so da bin ich wieder ich hoffe die Aufnahmen läuft natürlich noch ich sehe aus irgendeinem Grund kein Zeichen mehr deswegen ich habe jetzt das Gerät weg so 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 an sie und staune und gucken wir mal ob das funktioniert weil hier ist der Heulbein und so ist es eben richtig rum so 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 und dann nehmen wir uns den Grabelstapler dann gucken wir mal ob das rein geht also mit dem Grabelstapler finde ich das irgendwie geil hier ist schon sexy so und dann können wir uns den Unterschied aber so 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 Okay, jetzt ist er theoretisch Trinne. Ihhh. 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 Oh, ist das geil. Oh, Leute! Orgassenstörungen. Leute, das... Jaaaa. Jetzt wird mir eben nur noch hier im Futter ein bisschen Heu rein. Äh, Stroh. Aber alles okay. Wir gucken mal Falken ist heute geritten. Wir müssen mit Summer reiten. Ähm. folgten ist er ja also mit zimmer werden mit nixen partner und übersteigen nächsten wort wenn wir in den nächsten partner missionen obwohl wir nehmen jetzt in port ja so anscheinend feldreißen müssen feldreißen das ist immer das wichtigste feldreißen das große feld nun müssen wir fahren geht das breite raus ok ich würde mal sagen leute wir sehen uns das nächste part wieder ich nehme die mission an fahr schon alles rüber und dann bis zum nächsten mal sagt er mir sie